Im Nachbarland Indonesien, da werden German Exports mindestens genauso heftig gefeiert. Für Hanno Behrens heißt es Koffer packen und ab zum Flughafen. Das Kapitel Hansa Rostock ist nach nur einem Jahr beendet. Der gebürtige Ems Horner sucht mit 32 Jahren nochmal eine neue Herausforderung. Das Ziel Jakarta auf Java in Indonesien. Der Empfang ähnlich imposant wie der vom FC Liverpool in Bangkok. Nur ist Hanno Behrens kein Champions League Finalist, sondern hat lediglich 30 Bundesligaspieler auf dem Buckel. Die Anhänger seines neuen Klubs Persija Jakarta singen für unseren Hanno. Der muss sogar vom Sicherheitspersonal abgeschirmt werden. Ja, ich würde mal sagen, da ist ein neuer Auswanderer für International geboren. Also wenn du das siehst hier Hanno, wir erwarten regelmäßig Bewegtbild-Content von dir.